Er war einer der Hauptgaranten für den Drittliga-Aufstieg von Bayern 2. Quasi-Otschi Fried hat mit seinen Toren die lange sehnte Rückkehr in die dritte Spielklasse für die Münchner erst möglich gemacht. Insgesamt erzielte der Stürmer 24 Tore und bereitete acht weitere vor. Beeindruckende Zahlen, genauso beeindruckend aber seine Bodenständigkeit trotz des ganzen Hypes. Ja, also ist ja mein Job vorne die Tore zu machen. Und ja, man nimmt sich immer vor, irgendwie zu treffen bzw. der Mannschaft zu helfen, meine Aufgabe zu erfüllen. Und dass es in der letzten Zeit so gut klappt, freut mich. Aber freut mich auch für die Mannschaft. Diese feierte nach einer fulminanten Saison samt Aufstiegsrelegation den Sprung in Liga 3. Ohne den Mann mit der Nummer 10 wäre das aber alles nicht möglich gewesen. Mit seiner Bulligkeit und seinem Durchsetzungsvermögen hat er viele Verteidiger in der Regionalliga Bayern zur Verzweiflung gebracht. Sein Skillset war für Trainer Holger Seitz Gold wert. Es ist, glaube ich, sehr schwer gegen den Occi zu verteidigen. Das sieht man nicht nur an der Anzahl seiner Tore, die er erzielt, sondern auch wie er immer wieder seine Spieler mit einsetzt, wie er den Ball klatschen lässt und auch immer wieder Räume öffnet, in die dann die Mittelfeldspieler hineinlaufen können. Uns freut es natürlich, dass wir so einen Spieler bei uns mit dabei haben. Seit zwei Jahren macht er nun schon regelmäßig seine Buden für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Im Mai 2018 bekommt der gebürtige Ghana sogar seine erste Einladung für die A-Nationalmannschaft für die Testspiele gegen Japan und Island. Fried ist auf einmal Nationalspieler. Auch der Sprung in die Profimannschaft als Lewandowski-Backup scheint kurzzeitig möglich. Beim Spiel gegen Gladbach am 25. November 2017 darf Fried unter Trainer Heinckes zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. Ein Jahr später unter Kovac scheint dieser Traum aber in weite Ferne gerückt. Fried spielt in dieser Saison ausschließlich Regionalliga. Schlecht für ihn, gut für die zweite Mannschaft der Bayern. Trotzdem fragt man sich, ob die 24 Tore in dieser Saison nicht doch ein Statement Richtung Kovac sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Ich versuche einfach gar zu geben, in der U23 meine Tore zu machen. Und dann muss man halt gucken, was dabei herauskommt. Wenn es für die Profis am Ende reicht und ich mich viel oben empfehlen kann, ist es natürlich super. Die Bayern sollten sich Fried nochmal genau anschauen, denn nach dieser Saison ist er sicherlich nicht mehr nur in Regionalliga-Kreisen bekannt. Angeblich soll die Hertha schon ihre Fühle ausgestreckt haben. Aber auch Premier League-Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke hat sein Interesse hinterlegt. Es ist also gut möglich, dass der deutsche Rekordmeister den nächsten vielversprechenden Spieler aus der Reserve verliert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017